Das ist der Diensthund Henk, Lehr- und Vorführhund des LAFP. Geführt von einem Lehrtrainer auf der Suche nach CD-Splittern. Prüft eigenständig die Öffnung. Sobald er im Zielgeruch ist, verharrt er, er friert ein. Das Einfrieren wird bestätigt durch Klick und danach bekommt der Hund zur Belohnung die Beute. Dafür machen die Hunde das. Ich öffne jetzt mal den Bereich. Das ist der Bereich, den der Diensthund vorhin angezeigt hat. Unterer Bereich von dieser Box. Und man sieht, dort ist ein Handy versteckt. Für uns erstmal nicht erkennbar, aber für die Hundenase sehr wohl. Gut erkennbar. Und auch hier hat der Hund ja ein richtiges Anzeigeverhalten an den Tag gelegt. Und die Stelle lokalisiert. Das ist auch für Appenn ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gut und��len. Also sehen Sie wieder.